Oh, Fleisch bringt halt echt am meisten. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Feuchten Flint. Da oben liegt noch einer. Oh, das... Ah, ja, dann reicht's mit dem da oben. Oh, ich sollte mich aber aufs Essen konzentrieren. Oh, echt dringend, du hast zu essen. Jetzt nehmen wir mal kurz das Holz hier mit. Falls wir doch eine Nacht irgendwo überleben müssen. Komm. Und am besten jetzt gleich noch ein paar Steine. Dass wir uns wenigstens eine Feuerstelle bauen können. Oh, da war viel drin. Ich glaube, zwölf Steine brauchen dafür, oder? Oh Gott, wir verhungern bald. Das ist gar nicht schön. Wir brauchen jetzt dafür. Ja, zwölf. Da liegt Fleisch, da liegt Fleisch, da liegt Fleisch. Oh mein Gott, ich bin ja glücklich zu mir. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab dein Ei schon. Geh weg jetzt. Hallo, ich muss was essen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind Spinnenweben. Oh, 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 oh. Noch ein Treffer und ich bin am Arsch. Oh mein Gott, lass mich doch jetzt in Ruhe. Ja, und dunkel wird's auch noch. Lass mich. Oh. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Wenn ich dein hässliches Ei hab, dann nimm dein hässliches Ei. Jetzt hab ich keine Steine mehr. Und hier gibt's auch keine Steine mehr, oder? Lässt du Steine fallen? Nein, lässt du nicht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Eins. Zwei. Noch ein Stein, bitte. Ja. Nimm, nimm, nimm. Eine Feuerstelle, bitte. Puh, 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 puh. Schnell. Und essen. Oh mein Gott, war das knapp. Deshalb müsstest du auch gleich kochen. Hier, die Sahne auch. Kannst du auch kochen? Nein. Geht mir das viel? Oh, ja. Das kann es wegschmeilen. Oh, das war jetzt echt knapp. Also richtig knapp. Aber ich hab gesehen, da oben, da wo das Schwein war. Da war voll viel Bären zum Essen. Und es regnet echt die ganze Zeit. Papyrus. Rain, 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 go away. Ja, da ist dicht. Ist ja außenrum noch irgendwas. Die Ziegen geben bestimmt auch gut Fleisch. Boah, bin ich erschrocken. Der hat voll das Schaf erwischt. Der Schaf ist elektrizitiert und will mich eingreifen. Toll, ja, genau. Geht da, schlafen. Sollen wir es probieren? Ja, wir sollten es nicht probieren. So viel zu dem Thema. Ach, Mann, ey. Ich muss aber auch alles ausprobieren. Was ist das? Waterlocked Nightmare. Okay. Wieso muss ich immer alles ausprobieren? Aber wir sind auch in derselben Welt. Das ist cool. So viel besondere Sachen hatten wir sowieso nicht da. Von daher sammeln wir jetzt erstmal wieder ein bisschen. Und dann gehen wir wieder zurück. Boah, das Game ist echt heavy, Mann. Wieso greife ich auch ein Schaf an, wo wo ungefähr eine Million Volt hat. Ich helde. Da ist gerade ein Baum gewachsen. Da ist noch ein paar Sahamen. Da ist ein Maul über. Wo sind wir gerade? Da. Und wir sind noch da. Nehmen wir jetzt erstmal wieder alles mit. Oh, das Schwein. Ich habe halt keine Axt und gar nichts. Ich gehe einfach zu der Feuerstelle, wo ich gerade die Ziege versucht habe zu töten. Das ist wahrscheinlich besser. Weil da oben liegt noch so viel Zeug rum. Ja, go, go. So, die müsste doch jetzt eigentlich... Da ganz unten. Oh, hier oben war doch irgendwo das mit dem Schwein. Wir laufen einfach mal da runter wieder. Da war es doch. Da war es doch. Oh, hier oben. Oh, hier oben. Okay, guck mal da runter. Oh, herovere. Oh, hier oben hoch. Oh, woorden. ed. Oh, sagen wir odpow突en, Omg. Wasagery Level. geometry bin .